Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch drei Tineco Akkus Ögger vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns für den Tineco 4 One S3 entschieden. Dieses Modell ist eine hochwertige kabellose Kombination aus Nass- und Trockensauger wie Wischmop für Fliesen, Laminat, Marmor und Hartholzböden. Dieser ist leicht und bequem und dazu noch geräuscharm wie saugstark. Die innovative i-Loop Smart Sensor-Technologie von Tineco erkennt nasse oder trockene Verschmutzungen automatisch und stimmt die Saugleistung und den Wasserdurchfluss für eine optimale Leistung ab. Wischen Sie Verschüttetes mit einem Wisch auf und hinterlassen Sie einen streifenfreien sauberen Boden. Saugen Sie Verschmutzungen mit nur einer Bewegung auf. Vergessen Sie die Tage, an denen Sie sich mit Eimern, Kabeln, Lappen oder schweren Staubsaugern abmühen mussten, um Ihr Heim sauber zu halten. Dieses Gerät ist federleicht, kabellos und flexibel, sodass Sie mühelos in jede Ecke Ihres Heims gelangen. Dieser saugt und wäscht hartnäckige, klebrige Verschmutzungen in einem einfachen Schritt und hinterlässt Ihre Böden trocken und streifenfrei. Die selbstständige Selbstreinigungsfunktion schrubbt die Rollen und spült die Wasserleitungen, sodass Sie sich nicht Ihre Hände schmutzig machen müssen. Die Selbstreinigung hält Ihr Gerät frisch, geruchsfrei und bereit für die nächste Aufgabe. Herkömmliche Mobs, Besen und Staubsauger sind oft schwer zu handhaben oder hinterlassen Ihren eigenen Schmutz, der Frohe One S3 sorgt dafür, dass es einfach ist, sauber zu bleiben. Sehen Sie alles, was Sie brauchen auf einen Blick, einschließlich Akkustand, Reinigungserinnerungen und Berichte. Alle Informationen, die Sie für eine schnelle und einfache Reinigung benötigen, werden angezeigt. Die innovative Technologie erleichtert Ihnen die Reinigung und lässt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die Sie gerne tun. Die praktische Tinico App macht die Reinigung noch schneller und produktiver. Die App bietet Leistungsüberwachung in Echtzeit, Erinnerungen, Reinigungsberichte, technische Unterstützung und mehr. Die Sprachassistenz bietet hilfreiche Erinnerungen und zusätzliche Unterstützung. Mehr Infos über den Tinico 4 One S3 findet Ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir Euch unseren Preis-Leistungssieger vorgestellt haben, möchten wir Euch unser günstigstes Modell im Vergleich vorstellen. Hier haben wir uns für den Tinico Pure One X entschieden. Ein innovatives Design und fortschrittliche Akkuleistung ermöglichen bei diesem Modell bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einer einzigen Ladung. Die einzigartig starke Saugleistung bei angenehm leisem Betrieb ist geeignet für den Einsatz in der Nähe von Kindern und Haustieren. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku benötigt nur ca. 3-4 Stunden, um vollständig geladen zu werden. Die kompakte Aufbewahrungseinheit ordnet den Staubsauger und die Aufsätze übersichtlich an. Die iLib TM Smart Sensor Technologie macht die Reinigung schneller, einfacher und besser. Der Sensor erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung dementsprechend automatisch an, somit wird eine effiziente Reinigung und optimale Energienutzung erreicht. Wenn die iLib TM Smart Sensor LED rot leuchtet, wurden Verschmutzungen erkannt und der Staubsauger passt die Saugleistung dementsprechend an. Blau bedeutet, dass die Verschmutzungen entfernt wurden und die Leistung somit reduziert wird. Die automatische Leistungsanpassung optimiert die Reinigungsleistung und die Akkulaufzeit. Der kabellose Betrieb ist nicht nur praktisch, sondern erhöht auch die Leistung. Sie können diesen Staubsauger einfach überall hin mitnehmen, ohne eine Steckdose suchen zu müssen. Mit nur 2,35 kg ist der Pure One X leicht zu heben, zu bewegen und kann in allen Reinigungssituationen verwendet werden. Die praktische Wandhalterung hält alle Zubehörteile beisammen und sorgt für die ordentliche Aufbewahrung des Geräts. Auch hier liefert die Tinico App Echtzeitdaten über die Leistung, Reinigungsberichte, Erinnerungen und mehr. Mehr Infos über den Tinico Pure One X findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungssieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns den 4 One S5 rausgesucht. Dieser Smart Staubsauger wie Wischmop reinigt nassen oder trockenen Schmutz und beseitigt hartnäckigen und klebrigen Schmutz ganz leicht. Mit Tinicos proprietärer iLoop Smart Sensor Technologie stellt er automatisch die Saugkraft, den Wasserdurchfluss und die Geschwindigkeit der Bürstenrollen ein, um jeden Schmutz zu reinigen. Die einzigartige Bürstenrolle von 4 One S5 wurde so entworfen, dass sie eng an die Baseboards gleitet und schwer zugängliche Ecken reinigt. Ihr Boden wird in nur einigen Minuten total trocken und streifenfrei. Der Tank für sauberes Wasser ist 30% größer als die letzte Generation vor One, was ihnen ermöglicht, größere Bereiche ohne Stopp zu reinigen. Mit dem Dualtank-System wird das saubere Wasser von dem schmutzigen getrennt, sodass sie immer mit Frischwasser reinigen. Die handfreie Selbstreinigungsfunktion schrubbt für eine schnelle und saubere Bedienung automatisch die innere Leitung und die Bürstenrolle. Für Familien mit Haustieren werden Haustierhaare mit dem Haustierhaare-Filter schnell und leicht beseitigt. Die 3-in-1-Docking-Station hält das Set und bietet mit höchstem Komfort die Stromaufladung an. Auch hier liefert die Tineco App Echtzeitdaten über die Leistung, Reinigungsberichte, Erinnerungen und mehr. Mehr Infos über den 4 One S5 findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der 3 Tineco Akkus-Örger, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen auch für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat gibt uns gern ein Like und abonniert uns wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.